Erholen Sie sich im Berghotel Totem im beliebten Touristenzentrum Czertovica in der Niederen Tatra. Die Umgebung bietet Aktivitäten für Sportler, Touristen, aber auch für jedermann an. Im Winter können Sie direkt in Czertovica Ski fahren oder in Skizentren in nahe Umgebung in Mitopo Djumbirom, Vischnaboca oder Hopok, wo sich die längste und aufregendste Abfahrtstrecken in der Slowakei befinden. Viel Spaß bietet auch der Aquapark Tatralandia mit seinen neun Schwimmbecken und auch die Wasserrutschen in Beschenjova. Das Thermalwasser in Liptowskijan sorgt für die Heilung ihrer Nerven und erstarrten Muskeln. Reiten Sie Pferde auf der Farm Ajax in der Nähe von der Gemeinde Bistra und nutzen Sie die Möglichkeit, sich abzukühlen in der Höhle Bistrianska oder Eishöhle Djemennowska. Entdecken Sie die Wanderwege in der niederen Tatra, Djumbir und Hopok oder genießen Sie die Fahrt mit der historischen Eisenbahn Czernohronska-Gelesnica. Hotel Totem ist seit 2004 für Sie da mit seiner familiären Atmosphäre und bequemen und gemütlichen Umgebung. Das Hotel kann 28 Personen beherbergen, was sich durch Aufbettung auf 40 erweitern werden lässt. Zur Verfügung stehen Zweibettzimmer, aber auch Apartments für anspruchsvollere Gäste. Die Gemütlichkeit wird durch den wunderschönen Interieur aus Holz unterstrichen. In jedem Zimmer befindet sich Badezimmer und Fernseher. Das Restaurant ist für 40 Personen bestimmt. Zum Restaurant gehört auch eine Tagesbar. Frühstück gibt es in Form eines Buffets. Zum Mittagessen wählen Sie aus dem Tagesmenu und das Abendessen besteht aus Suppe, Hauptgericht und Nachtisch. In der Weinstube können Sie mit Ihren Freunden am Kamin sitzen. Im Sommer bereiten wir für Sie leckere gegrillte Speisen in der Laube mit offenem Kamin. Den Muskelkater nach einer anstrengenden Wanderung lindern Sie im Hotel Relaxzentrum mit Wirpool und Sauna. Wir veranstalten auch Familienfeste, Firmen und Arbeitsschulungen. Das Hotel ist auch für Veranstaltungen für geschlossene Gesellschaft geeignet. Im Hotel Totem sind Familien mit Kindern, Jubilare und auch Workaholics willkommen. Wir hoffen, dass Sie sich für das Berghotel Totem mit seiner Lage im Herzen der Niederen Tatra bei ihrer Suche nach einem Urlaubsort entscheiden werden.